Eine Spiegelung bezeichnet man eine Endoskopie. Eine Endoskopie läuft folgendermaßen ab. Der Patient schläft, bekommt von all dem nichts mit. Das Werkzeug, was man benutzt, ist ein langer schwarzer Schlauch. An der Spitze des Schlauches ist eine hochauflösende Kamera und der Schlauch ist extrem gut von außen lenkbar und so kann man sich mit dem Schlauch in den Körper fortbewegen und innere Organe sichtbar machen. Meistens wird mit der Endoskopie die Speiseröhre, der Magen und der Dickdarm untersucht. Wir können aber auch bei speziellen Fragestellungen den gesamten Dünndarm einsehen und sehr häufig auch mittlerweile werden wir angefragt für Untersuchungen der Gallenwege. Man kann also auch über die Gallenwege in die Leber gehen mit einem Miniatur-Endoskop und dort die Organe sichtbar machen. Ein großer Vorteil der Endoskopie ist, dass man nicht nur exzellent sehen kann, sondern auch exzellent behandeln und arbeiten kann. Also wir können Blutungen zum Beispiel stillen, wenn wir Tumoren finden, können wir die biopsieren oder wenn sie dafür in Frage kommen, natürlich auch heraustrennen, rausschneiden aus dem Körper. All das erlaubt uns das Endoskop auf einem großen Bildschirm-Gomonitor zu tun. Bildschirm-Gonitor